Das A und O bei der Futtererntetechnik ist natürlich auch ein optimal eingestellter Schwader und auch ein Schwader, der den Bodenunebenheiten, egal wie hügelig oder kopiert das Gelände ist, folgen kann. Hierfür haben wir aus dem Hause Wicon das sogenannte TerraLink Plus, was in dem Anlegg 705 verbaut ist. Diese ermöglicht uns, dass der Kreis sich optimal dreidimensional den Bodenwellen und Konturen auch anpassen kann und so auch kein Schmutz mit ins Futter kommt und der Landwirt ein sehr hochwertiges Grundfutter erhält. Das Konzept des TerraLink Plus ist, dass der Kreisel die Möglichkeit hat, sich perfekt in Fahrt sowie in Querrichtung allen Bodenunebenheiten anzupassen und dann entsprechend das Grundfutter sauber zusammengeschmarrt wird. Musik 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 Vielen Dank.